Braucht die Revolution TikTok? Ich glaube, das Gegenteil ist zunächst einmal der Fall, nämlich TikTok braucht eine Revolution, TikTok braucht mehr Menschen, die sich dort einsetzen und für Linkinhalte streiten. Aber die Frage, braucht die Revolution TikTok, ist insofern auch ein spannender, als dass eine Revolution ausgehen muss von den Menschen. Und so eine Revolution kommt nur dann zustande, wenn genug Menschen sich bilden und ein Weltbild haben, was ihnen zeigt, dass sich was verändern muss. Und um das zu erreichen, klassisch, sagen wir als Linke natürlich, diesem Buch bilde dich, wie es Marx, wie es Lenin, wie es Engels, wie es Luxemburg, wie es Zetkin. Aber mehr und mehr werden Inhalte auch anders vermittelt. Und ich glaube, dass Plattformen wie TikTok, wie Instagram gute Einstiegsmöglichkeiten bieten können, um Leuten dazu zu bringen, sich weiterzubilden und zu erkennen, dass die Welt, so wie sie gerade eingerichtet ist, keine gute Welt ist und dass wir viel besseres und schöneres erreichen können und zu anderen Beziehungen kommen.